So, und zack sind wir wieder draußen. Allerdings nur auf der anderen Seite. Ach, warum unten bleiben? Sind doch alle down. Böllern draußen schon wie verrückt. Das ist echt krass. Oh, nee. Äh. Ja, okay. Ich kann den aber gar nicht erwischen. Oh, nett. Hauptsache nur ein Ventilator, verstehst du? Um die ganzen Pornierich nochmal richtig schön durchzupumpen. Hier sind nicht nur ein Soldat, hier sind Soldaten. Dann kannst du das verdammte Zeug einatmen. Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts geschehen. Der Beat durchsucht. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommt. Zwei müssen es, glaube ich, sein, ne? Hallo? Hallo? Oh, ich hab keine Muni mehr. Äh. 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 Ähm. Dann können wir gleich mit der Schrot erledigen. Alter, Finne. Ähm. Und die Hand ist auch noch weggeflogen. Huch. Mh, mh. Holy moly. Okay. Okay, mal nix zum Looten. Alter, der ist ja schon brutal... Alter, das ist... Also auch das ist schon echt heftig, ne? Aber er kennt's halt auch nicht mehr wirklich viel. Aber das hier... Das ist schon krank. Das ist schon echt krank. Krass, 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 krass. Wiep. Wiep. Aber warte mal, wer da durchkommt? Warte mal ganz kurz. Wir haben hier was zum Looten haben. Alter, die Porn. Schaut euch das mal an. Ist das ein Frosch? Der hier so ein Qua... Das sieht jetzt mit Porn geil aus. Wer hat zur Hölle? Okay. Wer hat zur Hölle? Hey, äh, wir können schwimmen. Ja, Pech gehabt. Uns fällt schon das ein. Bleibst du eben hier? Hm. Naja, hier sind leider auch keine Sammlerobjekte. Können wir die nicht eigentlich einfach auf die Schulter nehmen? Oder auf den Rücken? Ja, Meereskonten gibt es doch definitiv irgendwas zum Looten. Und irgendwelche Sammlerobjekte. Schauen wir mal, da kommen wir auch nicht lang. Soll ich nicht mitnehmen? Lunge Dame. Ja, das stimmt, Christian. Das stimmt. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gib her. Gib her. Gib her. Gib her. Meins. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. Ich bin vom Ausgang der U-Bahn-Haltstation Park Street, neben dem Rathaus. Am Ball sind wir zum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sehr vorsichtig, da unten einige Leute berichten von Klickern und Stalkern im Gebiet. Wo zum Henke ist der Kerl? Ich warte hier schon seit zwei Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist jetzt würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Doch, tschüss. Tschümmi-Dü. Schön war's gewesen. Oh, ich brauche wieder Sauerstoff. Warte da. Warte da. So, Loot. Haben wir hier irgendwas? Äh. Kling fest. Oh, ein Firefly-Anhänger. Oh, oh. Äh, who? Was war denn das gewesen? Ich... M-m. Hatte da jetzt kurz ein Blackout gehabt. Okay. Kurzen Schlaganfall gehabt. Heftig. Heftig. Das ist einer der Jumpscares von Visage. Den habe ich vor ein paar Stunden irgendwie hochgeladen oder gestern, oder heute Nacht irgendwann. Ja, das ist mittlerweile schon irgendwie bei 2300 Aufrufe. krank. Okay, warte mal. Das hat er eingesammelt. Oh, nee. Boah, wie knapp. Alter Finne. Hey, feierfleißen wohl. Das war mal richtig knapp gewesen gerade. Wir haben 35. Fertigungszeit, Lauschmodus, Distanz, Heiltempo, Messermeister. Bei Verwendung eines Messers, um dich aus einem Klickangriff zu befreien, wird nur eine Messhaltbarkeit verbraucht. Hey, wie viel wird denn sonst normaler Wasser verbraucht? Alles? Zwei? Fünf? Zehn? Hundert? Was auch mega unrealistisch ist, was mir gerade alles einfällt. Man kann doch gar nicht mit einer Gasmaske tauchen und schwimmen. Das Wasser trinkt doch trotzdem voll in die Maske ein. Wasserfeste Gasmasken gibt's doch gar nicht. Das Wasserfeste Gasmasken gibt's doch gar nicht. Steig drauf. Wirklich? Nein. Okay, okay. Vorsichtig. Ich hab dich. Ich hab dich. Hopp, spring rauf jetzt, Kind. Oh'sMR. Ohja. Ohja. Das war's. Vielen Dank. Was machen, das fällt mir gerade auf. Da ist ein Fehler drin. Wo ich das wieder vergesse. Prohigier ich das gleich mal. Wie Alice sich den Arm vorhält. Nein, du blendest mich. Wär auf mich zu blenden. Wär auf. Wär auf. Wär auf. Bombe das. Bombert er richtig. Außen gerade. Gebomber sind da unterwegs. Okay, aber hier können wir nichts öffnen. Wir können hier nichts öffnen. Wir können hier nichts öffnen. Ja, endlich... Endlich zur Freiheit. War wieder ein Symbol von Fireflies. Hey, also... Wegen Tess. Ich weiß nicht mal was... Okay, ich sag dir mal, wie's abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir.